Gude Südhessen wird präsentiert von odenwaldmobil.de, dem Mobilitätsportal für den Odenwaldkreis. Immer mobil, sieben Tage die Woche zu fast jeder Uhrzeit. Alles Wichtige auf odenwaldmobil.de Gude, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Südhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Darmstadt an diesen 17. Oktober. Gesa Krebswetzel bleibt Bürgermeister von Griesheim, Neues zur Straßenbahn in den Ostkreis und Pilotenstreik bei Eurowings. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Griesheims Bürgermeister bleibt im Amt. Bereits 20 Minuten nach Schließung der Wahllokale, um 18.20 Uhr, zeichnete sich ab, dass der amtierende Bürgermeister Gesa Krebswetzel, CDU, die Direktwahlhaushoch gewinnen würde. Denn da trafen die ersten Ergebnisse aus den Wahllokalen ein und wurden mit dem Beamer auf die Leinwand in der Linie 9 projiziert, wo der offizielle Wahlabend der Stadt gefeiert wurde. Kurz vor 19 Uhr stand das vorläufige amtliche Endergebnis fest, Krebswetzel lag mit rund 83 Prozent weit vor seiner Herausforderin Maria-Christina-Nimmerfroh unabhängig, die rund 17 Prozent einfuhr. Krebswetzel war in seiner Dankesrede sichtlich aufgewühlt. Gegenüber dieser Zeitung sprach er von einem tollen Vertrauensbeweis, dem ihm die Griesheimer Bürger entgegengebracht hätten. Ein beliebtes Ausflugsziel ist das Gelände des Bauern-Lib in Weiterstadt für viele Familien. Nun trüben einige Vorkommnisse die Freude des engagierten Teams, weshalb sich der Betrieb in den sozialen Medien Luft machte und zum Nachdenken anregte. Immer wieder haben der Landwirt und seine Mitarbeiter Probleme mit Vandalismus. Besucher würden die Kürbisse nicht nur anschauen, sondern diese umherwerfen und mit ihnen Fußball spielen. Klagt der Landwirt. Aus diesem Grund hat er die Kunstwerke aus Kürbissen nun mit Absperrungen gesichert. Trauriger Höhepunkt war der der Diebstahl einer kleinen Katze vor wenigen Tagen. Ein Aufruf in den sozialen Medien hatte jedoch Erfolg und brachte den kleinen Kater zurück auf den Hof. Der Gedanke einer Anbindung des östlichen Landkreises an die Stadt Darmstadt mit der Straßenbahn nimmt wieder Fahrt auf. Nachdem das Projekt im ersten Anlauf gescheitert war, könnte da in Sachen Immobilität der Zukunft ein großer Wurf kommen, der die Anbindung des östlichen Landkreises bis Weiterstadt zum Ziel hat. Es wird gar weiter gedacht, bis Dieburg und Groß umstadt. Im Klima- und Umweltausschuss des Großzimmerner Parlaments stellte die eigens gegründete Projektgesellschaft Stradar die GmbH die aktuellen Planungen vor. Sie ist mit der planerischen, baulichen, vor allem finanziellen Abwicklung des Vorhabens betraut, das letztmals auf 125 Millionen Euro beziffert wurde und an den Kosten auch scheiterte. 2014 nämlich, als ein Verkehrsgutachten für eine Straßenbahnanbindung vorlag, wurden die Bundeszuschüsse versagt. Grund war der erforderliche Kostennutzenfaktor, der damals nicht erreicht wurde. Im Kreis Groß-Gerau steht fest, wo das geplante Hospiz für todkranke Menschen entstehen soll. In einem Bladder of Intent, also einer gemeinsamen Absichtserklärung, haben sich der Kreis, die Kreisklinik und die im Frühsommer 2021 gegründete Hospizstiftung kürzlich darauf verständigt, dass das Gebäude auf dem Gelände des heutigen Wirtschaftshofs der Kreisklinik entstehen soll. Für die Hospizstiftung ist das ein Meilenstein. Der Kreis Groß-Gerau ist der einzige in Hessen, der kein stationäres Hospiz hat. Für sterbende Menschen bedeutet dies, dass sie am Ende ihres Lebens fern ihrer Liebsten und fern des gewohnten Lebensumfelds sind. Die nun getroffene, rechtlich allerdings nicht verbindliche Absichtserklärung sieht vor, dass der Kreis das Grundstück nach dem Abriss heutiger Gebäude in baureifem Zustand kostenfrei an die Hospizstiftung verpachtet. Die plant den Bau eines Gebäudes mit dreieinhalb Stockwerken. Die kalte Jahreszeit steht vor der Tür und immer mehr Menschen machen sich angesichts der hohen Gas- und Strompreise Gedanken über alternative Heizmethoden. Die Nachfrage nach Holzöfen ist in den vergangenen Monaten stark gestiegen, Fachbetriebe können sich vor Anfragen kaum retten. Derzeit müssen Interessenten viel Geduld mitbringen. Seit Beginn der Corona-Pandemie ist die Nachfrage bereits gestiegen. Hinzu kommt eine neue Kaminofenverordnung, die eine Nachrüstung bestehender Anlagen bis Ende nächsten Jahres notwendig macht. Der Ukraine-Krieg hat die Nachfrage noch weiter gesteigert. Viele Menschen wollen auch im Falle eines Gasausfalls autark heizen können oder die zu erwartenden hohen Heizkosten abmildern. Günter Meurer, Geschäftsführer der Innung der Kachelofen- und Luftheizungsbauer, empfiehlt das Zuheizen mit Holz- oder Pellethöfen als gute Hybridlösung, macht allerdings auch auf die Kosten eines Kamins aufmerksam, die nach dem Einbau auf die Besitzer zukommen. Ein- bis zweimal im Jahr sollte der Schornsteinfeger zur Reinigung und Kontrolle des Kamins vorbeikommen. Alle paar Jahre stehen außerdem notwendige Wartungen durch den Heizungsbauer an. Die Fluggesellschaft Eurowings kommt nicht zur Ruhe. Wegen des zweiten Pilotenstreiks innerhalb von nicht einmal zwei Wochen drohen bei der Lufthansa-Tochter von heute an bis Mittwoch erneut zahlreiche Flugausfälle. Allein am Flughafen Düsseldorf wurden nach Angaben des Airports für Montag 102 der geplanten 171 Euro Wingsflüge abgesagt, in Köln-Bonn wurden 43 Verbindungen gestrichen, in Stuttgart 40 Starts und Landungen annulliert. In Hamburg sollen 58 von 94 geplanten Flügen ausfallen. Von den insgesamt rund 400 am Montag geplanten Flügen würden aber dennoch voraussichtlich mehr als 230 stattfinden, teilte die Lufthansa-Tochter gestern mit. Eurowings geht davon aus, auch Dienstag und Mittwoch mehr als die Hälfte des geplanten Flugprogramms durchführen zu können. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf echo-online.de Gude Südhessen ist eine Produktion der VAM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, echo-online und mittelhessen.de Redaktion und Produktion, die NewsmanagerInnen der VAM. Ihr erreicht uns per Mail an audio-at-vam.de Redaktion und Produktion, die NewsmanagerInnen der VAM.